Ein Bewerbungsgespräch sollte gut vorbereitet sein. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Punkte. Haben Sie mit Ihrer Bewerbung das Interesse des Arbeitgebers an Ihnen geweckt, werden Sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Vor diesem Bewerbungsgespräch haben viele Menschen Angst. Es ist der erste persönliche Kontakt zu einem möglichen neuen Arbeitgeber. Man muss sich dort persönlich vorstellen und beweisen. Zu einem Bewerbungsgespräch werden Sie aber üblicherweise nur eingeladen, wenn Ihre Bewerbungsunterlagen bereits überzeugt haben. Bewerbungsgespräche sind meist sehr individuell und unterschiedlich. Es gibt trotzdem Dinge, die Sie grundsätzlich beachten sollten. Wichtig sind ein gepflegtes äußeres, freundliches Auftreten und Pünktlichkeit. Versuchen Sie vor allem authentisch zu wirken, sich also nach Möglichkeit nichts zu verstellen. Sie sollten sich auch im Vorfeld entsprechend vorbereiten. Informieren Sie sich zum Beispiel über das Unternehmen und Ihre zukünftige Arbeitsstelle im Internet. Bringen Sie außerdem eine zusätzliche Kopie Ihrer Bewerbungsunterlagen mit. Bewerbungsunter organ Remin Ängste battery Rätsch autotو